Es ist soweit Staffel 2, der Behind-the-Scenes-Folgen von 7 vs. Wild Staffel 3 der Teams Edition ist raus und wir werden uns jetzt gemeinsam anschauen. Ich will gar nicht lang um den heißen Brei herumreden. Ich habe nämlich richtig Bock, weil jetzt geht es nämlich endlich in das Eingemachte bei Folge 1, was irgendwie nur so ein bisschen, ja was steckt dahinter, was war in Staffel 1, was war in Staffel 2. Irgendwie nichts Neues, aber jetzt Staffel 3, lass uns anfangen. Da sind Messer drin, da sind Tabletten drin. Wasi! Ach, er ist weg, er ist einfach weg. Was glaubst du, wenn die den Koffer scannen? Freunde, ich sage was, der Koffer darf einfach nicht auf. Wartet schon zwei Stunden und er kommt nicht. Der Koffer ist weg! Wie, was, wenn die den Koffer scannen? Hallo, ihr reist nach Kanada vielleicht mit Trip über die USA ein? Natürlich scannen die den Koffer, aber man darf das halt, man darf es nicht im Handgepeng tragen, aber man darf, wenn man es legal besitzen darf, darf es auch transportieren. Das ist überhaupt gar kein Problem. Nice. Zusammen reisen wir mit unseren Kandidaten nach Kanada. Klassenfahrtfeeling vom feinsten. Seit vier Stunden warten wir hier. Vom Flughafen bis zum Hotel weichen wir den Kandidaten nicht von der Seite. Also ihr habt kein Glas mehr, das ist Quatsch, aber sonst ist geil hier. Wie haben unsere Kandidaten sich vorbereitet und werden alle rechtzeitig zur Aussetzung kommen? Ja, natürlich. Das Schafreise ist verloren. Wurde auch nichts vergessen und kriegen sie überhaupt ein Messer? Wir haben ja nicht mehr verlieren. Das kann hier alles gleich in die Hose gehen. All das in Folge 2, Behind the Seals. Nobody can stop us. In dem Moment den Koffer zu kreisen und dann zum Flughafen zu fahren ist gefühlt so eine Erleichterung, weil man sagt, es geht jetzt endlich los, weil es sich natürlich auch aufstaut und dann wird es immer schlimmer und denkt, eigentlich will ich nur noch raus. Ich will aus diesem Heli raus. Ich will gar nicht ins Flugzeug und noch rüber und noch Briefing und noch mal schlafen und noch mal das und noch mal unterschreiben, sondern eigentlich will ich nur noch raus in die Natur. Ich habe mir zum Beispiel auch Gedanken gemacht, was ist denn, wenn der Koffer verloren geht? Deswegen habe ich natürlich auch geguckt, dass ich alles, was geht, am Mann trage oder im Handgepäck. Das Einzige, was ich wirklich im Aufgabegepäck habe, ist halt ein bisschen Ersatzkleidung irgendwie sowas und ja, natürlich sowas wie ein Messer, ein Feuerstahl, Angelhaken, also alles so Sachen, wo man sagt, ich dachte mir gerade, also eine Machete dürften die doch eh nicht mitnehmen. Die haben eine kleine Flasche, da kriegen sie doch eh keine Machete rein. Warum nehmen die die denn da mit? Also bin ich da jetzt komplett falsch informiert oder? Schatzen wir mal in die Kommentare. Also da bin ich jetzt... Ich weiß nicht, ob ich das durch die Sicherheitskontrolle... Messer, ja, also Angelhaken, hat er gerade gesagt, stimmt. Messer, kleines Messer, stimmt, kann man auch mitnehmen. Das würde ich auch da nicht mit reinnehmen. Feuerzeug wahrscheinlich auch nicht, ich glaube, das ist auch verboten in Flugzeugen. Ansonsten, ja. Andere wird es am Körper getragen. Ist doch sinnvoll. Jetzt ist er wieder auch wieder dabei. Da steht ein, Alter. Das steht mir lieber ein. Hi, Hannah. Auf dich habe ich gewartet, Junge. Auf mich? Es geht los, es ist soweit und wir sind übel viel Leute, Alter. Dann war es endlich soweit, auch das zweite Team, zu dem ich dann gehörte, hat sich am Flughafen getroffen, inklusive der Teilnehmer. Das heißt, wir haben alle begrüßt, waren wir natürlich wieder ganz herzlich. Es kam wieder so ein bisschen dieses alte Teamfeeling auf von Staffel 2. Klassenfahrt. Und, ja genau, Klassenfahrt-Feeling. Auf ein neues Abenteuer. Vorher Panama, jetzt stehen wir da, regnet schon mal wieder komplett runter. Ein Jahrestreffen. Sascha Huber, der Mann mit dem eisernen Bizeps. Er ist einer der erfolgreichsten Fitness-Influencer in deutschsprachigen Raum und nimmt bereits zum zweiten Mal am härtesten Survival-Format Europas teil. Der österreichische Klick- und Abonnenten-Millionär hat bereits in Staffel 2 sein Durchhaltevermögen bewiesen. Wo bin ich hier gelandet? Yes! Let's go! Danke, Insel. Und danke für nix. In Panama hat er nicht nur die Zuschauer begeistert, sondern auch in Knossi einen Freund fürs Leben gefunden. 14 Tage, das kann man schaffen. Das ist ne Anzeige. Also ein Teil der Truppe ist vorgeflogen vor drei Tagen, inklusive Max, um Vorbereitungen vor Ort zu treffen. Und hier die ganze Teilnehmergruppe fliegt jetzt. Die Condor hat Business springen lassen für die Teilnehmer. Also wir haben, du auch übrigens, Dave, weißt du, da grinste schon, ne? Aber verdient auch, weil die müssen auch ausgeschlafen sein. Da hat die Condor gesagt, komm. Ja, es wird hart genug. Deine Jungs mal pennen. Die Jungs und Mädels. Hast du Bock oder was? Ja, komplett. Also egal, welche Szenarien, ich hab Bock. Mit dem Cocktail in der Hand oder einfach nur mit der Chlor-Tablette in der Pohle. Jan Schlappenlange. Wir sind mal kurz. Lass ihn kleiner machen, dass er auch alles sieht. Sofie ist nicht nur körperlich topfit. Auf YouTube beeindruckt er schon lange seine Community mit waghalsigen Stunts. Und so auch Fritz mit einer abenteuerlichen Nachtaktion für sein Bewerbungsvideo. Ah, das war der. Ich hab mich schon gefragt. Sein Teampartner ist Joey Kelly, der vielleicht kein Freerunning-Empath. Joey Kelly, krass. Dafür aber schon zu Fuß gefühlt die halbe Welt umrundet hat. Der Musikstar der 90er Jahre hat nicht nur Konzerte vor unzähligen Menschen gespielt. Er ist nebenbei noch ein krasser Extremsportler. Sein Ehrgeiz und seine Willenskraft sind endlos, was ihn zur Höchstleistung treibt. In die Hütte rein und dann erstmal hinhocken und warten, bis das ganze Wahnsinn aufhört. Auch wenn die beiden unterschiedlicher nicht sein könnten, bringt Jan körperlich mindestens genauso viel Energie mit. Hey, Joe Kelly. Krass. Der ist richtig krass, der Typ. Vor dem hab ich ultra Respekt. Der ist, also ich mein, war Musiker. Dadurch sehr berühmt geworden mit der Kelly Family. Und dann halt in Deutschland wahrscheinlich am ersten überschlag den Raab. Dass er da so ein Dauerkonkurrent bei Stefan Raab war. Also was der alles schon gemacht hat, an Survival krass. Das ist richtig krass. Aufregend, wo ist das Projekt bei der Start? Spannend, wir haben beide Flugangst. Andi und Gerrit. Die beiden Autos und Lufthauspezialisten betreiben seit Jahren einen YouTube-Channel mit... 123 Kilogramm, krass. That's much. Was wir heute bauen, dann frei, da, frei. Doch wie werden sich die selbsternannten Naturensöhne schlagen, wenn sie einmal aus ihrer Komfortzone heraustreten müssen? Wer jetzt hier zum Beispiel das Wolfsrudel in deinem Zelt steht, dann ist halt auch einfach Fritte. Was? Geh mal rein, oder? 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 Meine Puma-Abwehrwaffe. Survival, Marin. Der erfolgreiche Berliner Outdoor-Influencer hat bereits an Staffel 1 teilgenommen. 7 Kilo Heidelbeeren. Haben dafür gesorgt, dass ich heute noch hier sitze und funktioniere. Nachdem er der Wildnis von Schweden erfolgreich die Stirn bieten konnte, stellt er sich nun in Staffel 3 der Herausforderung mit Fritz Meinecke persönlich. Hey, Leute, ich find's Fritz, denn heute wird es tropisch. Fritz ist der Gründer von 7 vs. Wild und einer der Reichweite stärksten Influencer Deutschlands. Nach Schweden und Panama nimmt er uns diesmal mit um die halbe Welt nach Kanada. Geh, Alter. You can do it. So eine Scheiße. You can do it. Ihr könnt euch drauf verlassen. Das Sascha und ich... Apropos, you can do it. Nach 14 Tagen, mit denen, die es geschafft haben, in diesem Boot zurückkommen. Sind wir uns da einig? Ich bin dafür. Oh. Und alle anderen denken sich, lasst mich in Ruhe. Sonst haben wir mit Gaudi. Nee, also glaub ich immer noch nicht. Ganz herzlichen Empfang von der Condor in der Business Class. Wir durften in einem der neuesten Flieger weltweit fliegen. In der neuen Business Class. Für das gesamte Team. Für alle Teilnehmer. Wir sind super komfortabel geflogen. Ausgeruht angekommen, was ganz wichtig war für dieses Projekt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so viel ausmacht. Aber es macht schon ultra finanziert. Staffel 2 sind wir alle eco geflogen. Sind dann mit Rückenschmerzen und gebrochenen Rippen angekommen. Aber das war ja komplett geil. Das war wie, als wäre man jetzt flogen. Nur schon stark. Ja, bevor es in euer Abenteuer geht. Bevor es jetzt in die Wildnis geht. Könnt ihr euch nochmal wunderbar mit unserem Komfort hier freuen. Ansonsten wünschen wir euch einen angenehmen Aufenthalt hier bei uns an Bord. Und drücken euch jetzt schon die Daumen für euer Abenteuer. Ja gut, die Steckdose. Dominik Reetzmann. Ja, warum? Ja, warum? Rees. You're Rees? Okay. Prediction, die sind als erstes raus. Holzsplitter drin haben, spontan. Ich bin immer nur Holzklasse geflogen. Es war immer zu eng. Das ist... Geil ist das, Alter. Also jetzt verstehe ich, warum Leute das bezahlen. Jetzt 10 Stunden Vollgas. Wofür sind wir denn hier? Oh, herrlich. Das Wichtigste muss sofort... Also ich hätte niemals auch nur einen Schluck Alkohol getrunken. Niemals. Also bei so einem Event ist da vor... Gut, ich weiß nicht, wie viele Tage jetzt noch dazwischen sind, zwischen der Aussetzung. Und da aber trotzdem, weil Alkohol braucht ein bisschen... Also der Körper verarbeitet das relativ schnell, aber es braucht schon ein bisschen, bis der Körper das wieder ganz ausgeglichen hat, was der Alkohol da im Körper macht. Weil Alkohol ist ein Nervengift. Ja, deswegen, ich hätte niemals, niemals da Alkohol getrunken. Lass uns mal die Liegeposition ausprobieren und natürlich Stress vermeiden. So würde ich es machen. Wie ist es? Junge, ich habe gedacht, hier kommt noch jemand. Guck mal hier, hier ist Platz, wo ich dachte, gut, jetzt sitzt ja einer vor mir oder was. Und jetzt kommt der Wahnsinn. Matratzentopper. Ein Topper. Hast du sowas noch nicht? Hast du einen Topper da rein? Ach, was nicht? Das haben wir hier. Bei der Kondo. Guck dir das an. Hier hinten. Und das habe ich. Das ist das zweite, was ich habe. Ich bin schon mal business geflogen. Da gibt es immer so Geschenke. Ich habe einen Travel Organizer. Den kannst du mitnehmen. Ist nicht geklaut. Affe mit Bike. Den darfst du mitnehmen. Ist nicht geklaut. Affe mit Bike. Was ist das denn? Ein Travel Organizer. Ja. Ja. Freut euch halt mal über sowas. Das ist doch geil. Über die kleinen Sachen muss man sich freuen. Ich kann euch nur sagen, Staffel 4 Wildcard müsste er gewinnen. Let der Abenteuer beginnt. Jens Knossi Knossala. Der König des Internets. Er ist einer der bekanntesten Influencer Deutschlands. TV-Star und nebenbei noch erfolgreicher Unternehmer. Die beste Pizza im Universum. Knossi ist Seven vs. Wild-Veteran und hat sich für seine zweite Teilnahme eine Menge vorgenommen. Es wird alles anders sein als all die Flaschen, die ihr bisher gewinnen habt. Sein Bärenbruder ist Sascha Huber. Und dieses Mal geht's gemeinsam in die Wildnis. Wir sind aber die, die hoffentlich durchziehen bis zum Ende. Bis zum Ende. Bis zum Ende. Hoffentlich. Frankfurt bis Vancouver. Zehn Stunden und 15 Minuten können die Kandidaten noch den Komfort der Business Class genießen, bevor der Countdown zur Aussetzung startet. Ich hab nicht mal das Gefühl, ich bin mit dem Flugzeug. Ich denk mir so, wir sind irgendwie so ein fetter Nightliner. Weißt du, so fühlst du das an. Oder so eine fliegende Wohnung. Das ist so krass. Ja, das ist... Aber das hat nichts mit der Business Class zu tun. Das ist aber, wenn du so ein großes Flugzeug fliegst, dann fühlt sie das halt... Also Start und Land und natürlich, aber wenn du in der Luft bist, wenn du nicht gerade aus dem Fenster schaust, dann fühlt sie das nicht danach an. Das ist wie bei einem Kreuzfahrtschiff. Fühlt sie auch nicht danach an, dass wir das hier gerade auf hoher See sein. Ich flieg nur noch Business. Nicht. Ja, also zwei Bären. Einmal, der war oben auf dem links Raum, auf dem dünn Raum. Und das war gar nicht schlimm. Da dachte ich so, oh geil, voll schnugelig. Und dann war ich einmal in einem Wald und da war der Bär auf Angriffsmodus. Also es war schon ein älterer Bär, der hatte eine dunkle Schnauze. Und ich hatte noch Essen an meinem Motorrad und ich wusste nicht richtig, wo kann ich das befestigen, weil ich nichts hatte, um das in die Bäume hochzuziehen. Und alter, der ist auf mich zugekommen. Ich dachte, oh, jetzt bin ich tot, jetzt bin ich tot, jetzt bin ich tot. Und dann hatte ich aber zum Glück eine Axt und habe gegen die Bäume geschlagen. Und dann ist er wieder weggegangen. Ja. Und irgendwie war es eine geile Erfahrung. Klug gemacht. Ich habe irgendwie, ich habe Bock, ich habe irgendwie keine Angst. Aber du weißt, dass... Aber das ist nie gut, wenn du sagst, du hast keine Angst. Das ist nie gut. Also du musst immer Schiss vor Bären haben, weil du zweifelfalls sind die stärker als du. Ich fühle mich nie, wie es vor Ort ist, wenn dann da irgendwas abgeht. An Katrin Bendixen, aka Affe auf Bike. Mit 23 Jahren ist sie nicht nur mit ihrem Motorrad um die halbe Welt gereist. Einfach mal ein Stückchen weiterfahren, gucken, wo ich heute meine Hängematte aufschlage. Sondern hat außerdem noch einen Bestseller geschrieben. Sie konnte sich mit ihrer Bewerbung eine Wildcard für die dritte Staffel sichern. Ihre Teampartnerin Hannah Asiel ist ebenfalls Wildcard-Gewinnerin und ein echter Joker für die Wildnis. Believe it or not, ich habe ganz schön viel Power. Die Österreicherin ist Nationalparkrangerin, Bergwanderführerin und nebenbei noch Fotografin. Unterschiedlicher könnten die beiden nicht sein. Doch genau das ist ihre Stärke. Sie können sich jetzt schon gut leiden. Aber bevor unsere Reise startet, müssen die Kandidaten sich erstmal auf ihr Survival-Abenteuer vorbereiten. Ich bin gerade in der Wildnis unterwegs mit der finalen Ausrüstung für 7 vs. Wild Staffel 3. Hallo, ich bin auch da. Wir gehen rein, 48 Stunden Survival-Stream, 7 vs. Wild Generalprobe. Und heute werde ich Survival-Tipps lernen für 7 vs. Wild. Wir haben hier Experten noch mit am Start. Oder Christian. Ähm, die Machete ist cool. Da kann man schon safe essen. Muscheln. Muscheln. Wie haben wir denn jetzt hier eine Muschel gefangen? Man hätte die hier noch höher machen können. Weil wenn man drinnen stehen will in der Hütte, guck mal, geht schon gar nicht mehr. Tja. Oh, Vorführeffekt. Geil. Er hat Bock auf uns. Er ist neugierig. Einfach. Ja, du mich auch. Ja, ist gut. Geh doch einfach nach Hause. Hey, Bear. Ho, Bear. Ja. Und er würde, würdst du dich schließen, oben wieder rausgucken? Dann kommst du aus dem Maul raus. Okay. Das sieht man richtig, wie so viele Kinder-Skills die die haben. Meinst du, so machen die das auch bei Burger King? Ja, ja. Einige Mitarbeiter hat eine ganze Kuh an dem Stock übers Lagerfeuer. Ja, dann hängt eine ganze Kuh dran. Okay. Was? Das war der Stein. Wenn ihr wissen wollt, was in unserer Flasche ist, dann bleibt dabei. Flasche vs. Wild. Da hab ich übrigens, übrigens, da hab ich gar keine Ahnung, was in den ganzen Flaschen drin ist. Ich hab mir kein einziges Video angeschaut, wo irgendjemand irgendwas über eine Flasche gesagt hat. Und ich bin ultra gespannt drauf, was in den Flaschen drin ist. Das werden wir wahrscheinlich dann in der ersten Folge von der wirklichen Staffel, nicht von der Behind-the-Scenes sehen, weil wahrscheinlich werden ich hier die Flaschen nicht so krass vorgestellt. Aber da bin ich echt gespannt drauf. Boah. Klug. Jedenfalls ein Wasserfilter. Chat sagt, kleiner Haken, kleiner Fisch, große Haken, großer Fisch. Jetzt ist ja die Frage, fühlen wir uns vorbereitet mit diesen Sachen hier. Nein. Ja. Ja. Wir haben gerade eine Zahnbürste. Wir haben vier Ibuprofen. Wir haben Elotrans. Wir hätten ein Messer. Messer. Wir haben einen Feuerstahl. Wir haben ein Feuerzeug. Wir haben Klebe. Jetzt, warum denn eine Zahnbürste? Dann nimmst du doch einfach irgendwas und wäschst dir mit Wasser den Mund aus oder so. Wir haben Seife oder so ein 18 in 1 Zeug. Boah. Da passt immer noch mehr rein. Sag ich euch ehrlich. Also da können wir noch mehr rein machen. Das ist für alles gesorgt. Wir haben eine Säge drin. Wir haben zwei Messer sogar. Ich habe auch meinen Luxusgegenstand. Das ist mein Tabak. Erdluxusgegenstand. Moskitonetz. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Das ist unsere Flasche bei Seven vs. Wild. Jetzt hat er es endlich mal richtig gesagt. Seven vs. Wild. Und nicht Seven and the Wild. Wir haben ja in den Staffeln extrem experimentiert, wie wir das mit den Gegenständen machen. Ursprünglich war es mit sieben Gegenständen, was ja auch der Titel der Serie vorgibt. Aber das war uns dann halt ein bisschen zu langweilig. Wir haben gelernt aus Staffel 1, wenn du in diesen voluminösen Gegenständen denkst, ist es halt too much. In Staffel 2 haben wir es mit dieser Tierlist eingegrenzt. Haben dann gemerkt, okay, hat auch Vor- und Nachteile. Aber diesmal wollten wir halt wirklich dieses Loadout-Feeling. Es gibt einen beschränkten Container. Da kann man alles reinpacken, was man möchte. Es birgt halt so viel Freiheit, so viel Raum für Kreativität für die Teilnehmer, sich auszuleben. Und das war dann für uns auch der Ersatz der Challenges in dieser Staffel. Es gibt dieses Jahr keine Challenges. Das ist halt echt smart. Also Staffel 1 war halt das Standardding. Jeder hatte seine sieben Gegenstände. Staffel 2 wäre halt ganz ehrlich Spaziergang gewesen. Für Otto, Fritz wäre das easy gewesen. Ich meine, Sascha hat es auch ohne Gegenstände gemacht. Aber für die drei wäre das quasi easy gewesen, einfach mit sieben Gegenständen da auf einer tropischen Insel zu überleben. Und die Challenges dann zu machen, dann wäre das halt kein so Survival-Ding gewesen. In Schweden, in der ersten Staffel, da muss man schon sagen, da war es wirklich so, dass du nichts ohne die ganzen Sachen wahrscheinlich überleben hättest können. Weil halt niemand wusste, was geht da wirklich ab? Was brauchst du? Worauf muss ich achten? Das waren alles quasi Neulinge in dem Bereich. Jetzt gibt es zwei Staffeln. Jetzt hat sich das jeder angeschaut. Jeder weiß, um was es geht. Und deswegen ist es, das finde ich gar nicht schlecht. Und man ist auch zu zweit. Und deswegen ist es mit den, also es ist auch einfacher theoretisch, weil du dir Sachen aufteilen kannst. Und das Zweite, was richtig, richtig smart ist von denen, sie sparen sich dadurch die Challenges. Weil für 14 Tage Challenges zu machen, sich die zu überlegen, was ist sinnvoll, was nicht. Wenn ich 14 Tage überleben muss, als Team draußen in der Wildnis, schaffe ich nicht ohne Essen. Also natürlich nicht ohne Trinken, aber schaffe ich auch nicht ohne Essen. Sieben Tage würden gehen. Was sind da Challenges, die man machen kann? Und man darf, man soll ja keine Challenges nehmen, die schon ausgelutscht sind, die schon in der Staffel 1 oder Staffel 2 dran waren. Deswegen weniger Gegenstände, beziehungsweise nicht weniger, sondern weniger Volumen in den Gegenständen. Und dafür keine Challenge. Big Brain Move hier. Oder machst du einen auf Captain Jack Sparrow und füllst nur Rum rein. Wir sind aber die Ersten, oder? Das ist ein Problem. Hört ihr von? Du bist nicht heiß, wie das hier filmt, wie Leute erwartet. Max aka Trimax. Trimax. Ist einer der erfolgreichsten Twitch-Streamer Deutschlands. Oh mein Gott! Die Liste ist lang. Gamer, Hobby-Fußballer, Pizza-Mogul zusammen mit Knossi, Event-Erfinder und vieles mehr. Ich hasse es nicht, dass wir hier langfahren. Die Streaming- und YouTube-Welt wäre ohne ihn bedeutend ereignisloser. Ja. Oh mein Alter! Senden wir's! Ja! Du musst zunehmen, Bruder. Ich bevor das Event anfängt, nehme ich wieder 50 Kilo zu. Das ist meine Antwort. Okay. Sein Teampartner ist Riland Romatra Welte. Er ist Gamer, Streamer, womöglich der größte Rosinen-Fan der Welt. Der Set von Punk-Rosinen darf. Und hat Raketenwissenschaft studiert. Ich bin der geborene Entertainer. Die beiden verbindet eine Art Hassliebe. Und man weiß nie genau, wann es das nächste Mal kracht. Ich hab dir ganz viel gezeigt. Nein, ich hab gerade rüber geschaut, da hast du mit dem Chat geredet. Sie gehören einfach zusammen und haben sich gemeinsam intensiv vorbereitet. Also Feuer machen, haben wir absolut versagt. Da hab ich ein Video gesetzt, wenn ich das kurz mal reingeschaut habe, in den Stimmen, den sie gemacht haben. Sascha ist verloren. Er ist zurück zum Flieger. Ich hab sein... Die werden wahrscheinlich als zweites rausfliegen, sag ich. Koffer. Kein Joke, wie gestern schon der Koffer. Saschas Reisepass ist weg. Er kommt ohne Reisepass hier nicht raus. Und er kommt auch generell, selbst wenn er hier rauskommt, nie wieder zurück. Die suchen jetzt einen Reisepass. Er ist an Schaltern und die versuchen nochmal ins Flugzeug zu. Wie kann man denn den verlieren? Das ist doch das einzige, das persönliche Dokument, das einzige, was du brauchst. Alles andere kannst du wiederbekommen. Aber wie kann man den verlieren? Wir wissen nicht, ob der hier ist oder ob er vielleicht sogar schon in Deutschland verloren hat. Ich will 14 Tage in der freien Wildbahn überleben und verliert seinen Reisepass. Lass diese Reise endlich beginnen. Was? Alles da. Bruder. Du fühlst geil. Es ist alles angekommen, Digga. Alles ist da. Oh, sorry. Ich hab ja gleich mal gemacht. Nur Saschas Reisepass ist weg. Digga. Herzlich willkommen in Kanada, Jungs. Ey, was geht's? Alles angekommen. Wir hatten so Angst, dass sich alles ankommt. Hallo. Er schaut fit aus. Wir haben kein Problem, technisch gesehen. Wir sind noch gar nicht nervös. Es gibt ja keine Probleme. Es gibt nur Lösungen. Wir lösen nur gerade darauf, dass Affe... aus dem Nebenbereich da rauskommt. Ich bin zu spät gekommen, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Ich bin angekommen und da war so ein Schalter und du musstest zum Schalter hinlaufen und hast da irgendwie einen Zettel rausbekommen und musste diesen Zettel vorzeigen, um dann wirklich letztendlich einreisen zu dürfen. Ich hab natürlich diesen Zettel im Rucksack gehabt, hab das gar nicht richtig geschnallt. Scheiße, ich brauch diesen Zettel jetzt noch. Bin den Meter zur Seite getreten, wollte den Zettel gerade rauskramen und der schon so, nee, nee, das ist mir ja schon zu kompliziert mit dir. Raus, Kontrolle. Sascha's Pass ist da. Ich weiß nicht, wo er selbst ist, als Mensch physisch, aber es wurde gerade gesagt, Sascha's Pass ist da. Ich hab seinen Koffer, ich hab beide Koffer. Wir sind angekommen in Kanada, wollte ich sagen. Ich sag, alle Leute werden sich das Vorbild nehmen an meinen Wunsch. Ganz sicher, ganz sicher. Auf gar keinen Fall. Hundertprozentig. Was sagst du, Alter? Ich hab mir schon vorhin gedacht, du bist nicht so der typische Twitch-Stream, weil er acht Stunden lang am PC hockt, weil die Leute denken, du bist irgendwie ein indigener Einwanderer oder nicht so der typische Twitch-Stream, weil er nicht so der typische Twitch-Stream ist. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, der E-450 Super Duty, wow. Wer meinte gerade, der hat nur eine Duty, wie schnell zu meinem Benz zu drehen, dass ich fixen kann. Was? Was? Sascha ist nicht da. Willkommen in Kanada. Neuer Plan, haben wir gerade ausgemacht, kommt Sascha nicht mit, geh ich mit denen drei mit. Ja, mir geht's los, einfach. Ich angele, die bauen. Die bauen den ganzen Tag, Knossel ist einfach da. AFK, bin kurz, bin's kurz AFK. Gute Staffel, eine Flasche voll mit Tabak, die sollen schon mal einsteigen. Wir warten hier gerade auf ein paar Leute und Anka, aber auf Baik hat gerade geschrieben, die hat was vergessen, ich werde gerade komplett gebumst. Also, Anka-Trien wird gerade vielleicht ein bisschen doller gefilzt, als das vielleicht bei uns in Europa üblich ist, seit einer guten Stunde. Was? Wir haben jetzt nur einen begrenzten Zugriff auf sie, beziehungsweise gar keinen und müssen überhaupt, was hier rauskommt. Bin ich in dieser Kontrolle, da waren Polizeileute, da war Zoll, ich natürlich schon so am Zittern. Ich denke mir, oh Gott, jetzt kommen die Fragen, wo ist die Location, wie werdet ihr ausgesetzt, wie hat die Produktion das alles durchgeführt. Klar, dass du wieder draufhältst. Komm. Aua. Reisepass da. Aua. Ich habe den Reisepass liegen lassen, würde ich sagen, das ist mir noch nie passiert. Dann wollte ich aber direkt zurückgehen, ja, weil ich hab's gleich mal gerealisiert, aber durfte ich nicht mehr. Aber die haben den gleich gebunden, das ist ja kein Ding, wir haben jetzt noch auf, auch jetzt noch auf Apfel gewartet. Ich hab deinen Koffer vom Band geliebt, der ist da. Ja, der ist wenigstens da. Alle Koffer sind da. Trotzig, meiner, alle Koffer sind da. Mit Messern und allem. Erklärt noch so... Warum haben die Messer dabei? Also kleine, ja, aber... Hä? Der Officer ist richtig so ein good looking guy, mit Kaffee in der Hand, so Kanadier, man kennt's. Erklärt dir so, wie ich sie auf der Insel herum kann. Ja, und wie sie da rum travelen soll irgendwie. Das hab ich mitbekommen. Ja. Aber die ist immer noch drin. Wir machen es spannend bis zum Schluss. Habt ihr News für uns? Wir haben News, wir fahren jetzt los. So langsam geht's los. Ohne Affe? Äh, Affen haben wir jetzt erstmal nicht dabei. Nein, ohne Affe ganz genau. Ja. Schnellens Keks. Ich bin einfach weg. Sink. Jetzt muss ich allein da reingehen, oder wie? Ich hab ein LKW, du warst schnell wegfahren, Jungs. Wollt das Ding fahren? Nein. Na klar. Oh mein Gott. Was hast du denn gesagt? Was hast du denn gesagt? Alter. WTF? Ich so, ja wir müssen... Also erstmal wurde ich rausgezogen. Dann hat er gesehen, dass ich schon mal in Kanada war. Er so, wo ist dein Motorrad? Ich so, ja das ist jetzt in Alaska. Und er so, ja warum in Alaska? Du bist doch jetzt wieder hier. Ja, also dann herzlich willkommen in Vancouver. Ich bin Rainer. Unser Hotel heute ist das Roast and Robs. Da gehen wir heute Abend hin zum Essen. 7.20 sharp. Du bist ein Schatz, danke dir. Du bist ein Schatz, danke dir. Bei so einem 7 vs. White Projekt hast du ja jetzt auch nicht ein ganz normales Gepäck dabei. Wie kam es jetzt durch nachher? Meint ihr einfach, ja komm scheiß drauf oder was? Ich natürlich noch, weiß ich nicht, total nervös. Der lange Flug ist hinter einem. Dann dieses ganze Drama drum herum. Ich denke Leute warten auf mich. Aber als ich dann freigelassen worden bin, bin ich halt einfach rausgegangen und dann... Und alle waren weg. Und dann haben mich entgegengenommen und ich habe erfahren, dass die anderen schon lange im Hotel sind, sich schick fertig machen fürs Essen. Und ich bin dann angekommen beim Essen. Natürlich komplett verranzt, nicht fertig. Wahrscheinlich stinken von dem 18 Stunden Flug oder was das war. Und ja, dann sauf ich beim Essen und hab das Essen gelassen und Leben ging weiter. Auch so Flashback wie wir es damals das erste Mal durch Panama gelaufen sind, gell? Ja. Als wir in der letzten Staffel am Start waren dann so, Panama komm wir gehen noch was essen. So Root Top Bar. Aber jetzt komplett woanders einfach. Ach. Jetzt sind die Kandidaten angekommen. Und das Gepäck auch. Nach der Aufregung geht es gemeinsam zum wohlverdienten Abendessen. Ich hab mal gleich an. Ich hab echt noch mein T-Set gewechselt. Ja, ich hab leider das Tiefel, was er hat gar nicht. Und ich wollte eigentlich lange Hose anziehen, aber hab ich auch gelassen. Krass, dass da so warm ist. Boah, geil ey. Und schön in Bayern Flagge, so gefällt es mir richtig gut. Wir treffen uns morgen um 8 Uhr zum Frühstück im Hotel auf der zweiten Etage. Fahrradrechen links aussteigen. Also das, was ihr bei der Aussetzung anhabt, was ihr die 14 Tage anzieht, morgen anziehen. Morgen früh. Auf geht's. Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen von Europas größter YouTube Show. Begleitet uns auf der Suche nach dem Austragungsort. Bei der Überwindung von Hindernissen und vor allem der großen Frage. Was ist jetzt wirklich mit diesem Bärenproblem? Seid bei allen wichtigen Momenten dabei. Die Aufregung bei der Aussetzung und den 24 nervenaufreibenden Stunden davor. Nur hier zeigen wir euch die Probleme und Schwierigkeiten im Hintergrund. Und natürlich das große Finale an Cut. Nächste Woche Dienstag, dem 14. November, nur auf YouTube. Krass. Geil, ich hab so Bock. Ich hab so Bock auf diese Staffel. Ich will es mir nicht auf Freebie anschauen, weil ich will es mit euch zusammen auch anschauen. Auf YouTube. Und selbst wenn ich es mir auf Freebie anschaue, kann ich es halt erst einen Tag nachdem, oder sollte ich erst einen Tag nachdem es auf YouTube auch raus ist. Dann, zwecks Fairnessgründen, hochladen. Und meine Reaktion zeigen. Und deswegen warte ich einfach bis es auf YouTube draußen ist, weil sonst ist es ja kacke. Da ist halt keine Ahnung wie viel Zeit dazwischen. Aber ich hab richtig Bock da drauf. Wow. Und die Behind the Scenes sind auch geil. Also die Einblicke. Ja, das sind schon komische Vögel da dabei. Vor allem die ganzen Streamer. Da bin ich mir halt echt nicht sicher, wie viel Vorbereitung die da gemacht haben. Und wie realistisch das dann war. Weil 14 Tage ist schon lang. Und so eine 14 Tage Vorbereitung mit nur einer Flasche kannst du eigentlich quasi nicht machen. Bin ich mal gespannt. Naja. Dann nächsten Mittwoch wieder sehen wir uns. Ähm. Denn Dienstag ist die Folge. Ich schaue es mir dann an. Und wird es dann einen Tag später, vielleicht zwei Tage später, vielleicht am Donnerstag, hochladen. Und dann schauen wir uns zusammen. Die dritte Folge von den Behind the Scenes von 7 vs. Wild Staffel 3 an. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock auf 7 vs. Wild Staffel 3. Und hoffentlich bis zum nächsten Video. Ciao. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 19Vhorperуп. Ein strongerer besser. D教quiera. Pfund. Vielen Dank.